Herzlich willkommen zur 13. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir beschäftigen uns heute mit der modularen Programmierung, schauen uns erstmal kurz an, was ein Modul in C ist, gehen dann auf den sogenannten Prä-Prozessor, der vor dem eigentlichen Übersetzen ausgeführt wird, ein und schauen uns an, wie Header-Dateien in C ausschauen. Unter einem Modul versteht man in C eine Datei, die aus einer Reihe von Deklarationen und Definitionen bunt gemischt besteht. Ein Modul ist also ein C-Quelltext. Mehrere Module, ich habe das mal als Beispiel hier gezeigt, die Module Eingabe.c, Ausgabe.c und Main.c, Mehrere Module können in C ein Programm ausmachen. Die Module werden dann getrennt übersetzt. Es entstehen sogenannte Objektdateien zu jedem Modul und der Linker bindet die Module zusammen mit der Laufzeitbibliothek zu einem ausführbaren Programm-Image zusammen. Wir werden am Ende der Vorlesung nochmal auf die Vor- und Nachteile einer modularisierten Programmierung eingehen. Um modularisiert in C programmieren zu können, brauchen wir den sogenannten Prä-Prozessor. Der Prä-Prozessor bereitet den Quelltext für den Compiler vor. Dazu kopiert er Header-Dateien, die wir mit Include einbinden können und erzeugt eine sogenannte Included-Datei, hier als Main.i dargestellt. Während der Prä-Prozessor läuft, werden die Kommentare entfernt und der Prä-Prozessor ermöglicht bedingte Programmierung und sogenannte Makros. Die Anweisungen vom Prä-Prozessor sind Anweisungen, die der C-Compiler nicht verstehen kann. Deswegen werden alle Prä-Prozessor-Anweisungen beim Erzeugen dieser Main.i-Datei entfernt. In der Regel können Sie mit jedem C-Compiler den Prä-Prozessor auch einzeln ausführen. Ich werde Ihnen nachher zeigen, wie das in der Virtual-C IDE funktioniert. Tatsächlich wird heute selten während dem Übersetzen noch eine .i-Datei erzeugt. Meistens läuft der Prä-Prozessor im Hintergrund während der Übersetzung und die Ergebnisse des Prä-Prozessors werden direkt im Speicher gehalten. Wie sehen Anweisungen für den Prä-Prozessor aus? Eine Prä-Prozessor-Anweisung beginnt mit so einem Hashtag mit dem Gartenzaun-Symbol, das zu Beginn einer Zeile stehen muss und eine Prä-Prozessor-Anweisung endet mit dem Ende der Zeile. Soll eine Prä-Prozessor-Anweisung über mehrere Zeilen laufen, dann können wir das Zeilenende mit dem Backslash markieren. Dann wird auch die nächste Zeile noch als Prä-Prozessor-Anweisung interpretiert. Ich habe hier zwei Beispiele für Prä-Prozessor-Befehle. Einmal include in spitzen Klammern stdio, also standardio.h und das zweite ein include in Anführungszeichen my-file.h. Der Unterschied dieser beiden include-Anweisungen ist der folgende. Includes in spitzen Klammern bedeutet, dass die Dateien aus Systemverzeichnissen des Compilers geladen werden. Dazu gehören in der Regel alle Header-Dateien aus der Standard-Bibliothek. Verwenden wir statt der spitzen Klammer Anführungszeichen beim include, so wird die Header-Datei im aktuellen Verzeichnis gesucht. Wir können zusätzlich dem Compiler Suchoptionen für die Header-Dateien angeben. Das bedeutet, dass eigene Header-Dateien in der Regel in Anführungszeichen stehen, während System-Header in spitzen Klammern angegeben werden. Tatsächlich schreibt der Standard vor, dass die Standard-Bibliothek, also alle Header aus der Standard-Bibliothek, gar nicht physikalisch auf dem Datenträger verfügbar sein müssen. Das heißt, die ganzen Deklarationen, die in den Header-Dateien angegeben sind, können auch vom Compiler auf andere Weise bereitgestellt werden. Von daher ist es wichtig, dass wir eigene Header-Dateien immer in Anführungszeichen angeben, weil bei den spitzen Klammern unter Umständen gar kein Zugriff auf Systemverzeichnisse erfolgt. Was passiert jetzt bei einem Include? Wie gerade angesprochen, der klassische Prä-Prozessor liest die zu übersetzende Datei, erzeugt daraus eine neue Datei und wenn eine Datei mit Include eingebunden wird, dann wird diese einfach in diese neue Datei mit hereinkopiert. Im Gegensatz zu Java oder anderen Programmiersprachen bedeutet ein Include immer, dass die Datei physikalisch einmal geöffnet wird und der Inhalt eben herauskopiert wird. Des Weiteren wird der Prä-Prozessor Prä-Prozessor-Anweisung interpretieren. Das heißt, die erzeugte Datei, die aus dem Einbinden der verschiedenen Header-Dateien und dem Einlesen der zu übersetzenden Datei entsteht, wird später keine Prä-Prozessor-Anweisung enthalten. Die bekannteste Prä-Prozessor-Anweisung ist die sogenannte DEFINE-Anweisung. Hier haben Sie ganz am Anfang im ersten Beispiel kennengelernt, um Konstanten zu definieren. Im Folgenden gehen wir näher auf die Funktionsweise von DEFINE ein. Hier mal dargestellt zwei verschiedene Arten von DEFINES. Das erste ist eine klassische Definition einer Konstanten, DEFINE MAX ARRAY SIZE 100. Und das zweite ist ein DEFINE, was einer Funktion ähnelt. Es ist ein sogenanntes parametrisiertes Makro. In dem Makro stehen die Parameter A und B als sogenannte Platzhalter. Sie werden später durch die Werte oder Variablen, die beim Aufruf verwendet werden, ersetzt. Wie ich bereits gesagt habe, ist ein DEFINE eine reine Textersetzung. Konkret heißt es, nach dem DEFINE kommt der Bezeichner-Name, der Makro-Name. Und alles, was bis zum Ende der Zeile folgt, ist der Inhalt dieses Makros. Das heißt, da wo MAX ARRAY SIZE im Quelltext auftaucht, wird der Text hinkopiert, der nach MAX ARRAY SIZE, nach dem Bezeichner, in diesem DEFINE steht. Das ist in dem Fall die Zahl 100. Ich habe das auf der Folie mal als Beispiel dargestellt. Also einmal die freien MAX ARRAY SIZE. Wir verwenden es für die ARRAY-Größe von INT ARRAY. Und wir verwenden es, wie wir gesehen haben, den Zugriff auf das ARRAY zu schützen. Und da gehen wir gleich später darauf ein, auch noch das Makro MAX. Was passiert nun? Wenn der Präprozessor das Beispiel übersetzt, dann schaut das Ergebnis wie folgt aus. Alle Präprozessor-Anweisungen sind entfernt und die Makros sind ersetzt. Also da, wo MAX ARRAY SIZE stand, ich gehe nochmal zurück, lesen wir jetzt überall die 100. Und da, wo das MAX stand, sehen wir den ersetzten Text von MAX. Der Präprozessor kann nicht rechnen. Das heißt, das Ergebnis der Ersetzung ist immer eine reine Textersetzung. Wir sehen also hier den Ausdruck, der hinter MAX steht. Das ist FALS A größer B, dann ist das Ergebnis A, ansonsten B. Dieser Ausdruck wird parametrisiert mit 10 und 5 und genau so beim Präprozessor-Durchgang in den Text hineingeschrieben. Erste Compiler wird diesen Ausdruck auflösen und natürlich erkennt er bereits beim Übersetzen, dass 10 größer 5 ist, wird also X den Wert 10, also das Maximum von 10 und 5, zuweisen. Das Beispiel der MAX-Makro, also das parametrisierte DEFINE, habe ich genauso, wie es da steht, aus dem ISO-C-Standard übernommen. Sie wundern sich vielleicht wegen der vielen Klammern, die in dem Ausdruck vorkommen. Dazu ein Warnhinweis. Achtung, bei DEFINES werden nur Zeichenfolgen ersetzt. Dies kann bei Ausdrücken oder Befehlsfolgen erheblich den Sinn der Anweisungen verändern. Und die entsprechende Lösung ist natürlich ganz einfach. Sie müssen Klammern setzen. Wir schauen uns gleich ein Beispiel in der Virtual-C IDE dazu an. Ich möchte kurz auf die Probleme mit DEFINES eingehen. Wir legen mal ein DEFINES an. Ich nenne es DOUBLE. Es ist parametrisiert. Und ich gebe einfach das Doppelte von X zurück, indem ich X einfach aufaddiere. Wir können das jetzt mal ausgeben. Einfach %d. So, das Doppelte von 10. Wir können es ausprobieren. Und wir kriegen die 20. So, ich möchte das jetzt mal 4 nehmen. Ich nenne das jetzt mal Quad. Also nicht DOUBLE, sondern Quad. Und wir sagen jetzt einfach, naja, mal 2 haben wir schon genommen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach 2 mal DOUBLE und übergebe das Y. Das können wir auch mal ausgeben. Also das Vierfache und wir nehmen wieder die 10. Dann haben wir den Vergleich. Also erst die 20 und dann die 40. Wenn wir das ausführen, bekommen wir die 30. Ja, und das ist das Problem der Textersetzung. Wir können in der Virtual C IDE mal anschauen, was denn die Include-Datei ist. Ich kann den Präprozessor ausführen. Und wir sehen jetzt im Message-Fenster die Ausgabe dieser .i-Datei. Und wir sehen unser Main-Programm. Und was wir auch sehen, ist alles, was in standard.io.h drinsteht. Das wird jetzt quasi einfach hier reinkopiert. Also das Include durchgeführt. Und wir sehen jetzt quasi, ab hier geht es los. Die Kommentare sind entfernt, deswegen auch einige Leerzeilen. Und dann kommen alle Deklarationen aus standard.io.h. Und ganz am Ende kommt unser Programm. Und wir sehen jetzt, was das Define-Double und was das Define-Quad gemacht hat. Double ist eben das x plus x, 10 plus 10. Und wir haben das Quad, wir haben 2 mal das x plus x. Und natürlich fällt sofort auf, wir haben die Klammern vergessen. Das heißt, die Textersetzung führt natürlich dazu, dass einfach der Text reinkopiert wird und nicht tatsächlich mathematisch gerechnet wird. Mathematisch sieht es hier oben richtig aus. Das Quad y ist 2 mal das Double y. Es funktioniert nur richtig, wenn wir hier natürlich Klammern setzen. Das heißt, Sie sollten bei der Verwendung von Makros Klammern setzen. Allerdings können wir natürlich auch Probleme bekommen, wenn wir bei der Übergabe schon Ausdrücke übergeben. Dann wird ja auch das als y als Text übersetzt. Das heißt, wir sollten auch dafür sorgen, dass wir nicht nur den Makro an sich klammern, sondern auch die Parameter Klammern. Um sicher zu gehen, dass bei der Textersetzung kein Fehler auftritt. Wir können das jetzt nochmal anschauen. Auch hier würde ich Klammern setzen. Das y ist jetzt bereits die Klammer. Da brauchen wir keine zusätzliche Klammer. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite und unser Makro tut das, was er soll. Makros sind Textersetzung. Noch einmal das Beispiel unserer Max Array Size. Und ich mache den größten Fehler, den man immer wieder sieht, der beim Pre-Prozessor gemacht wird. Das heißt, ich lege mir jetzt hier ein Array an. Und wir initialisieren das Ganze mit 0. Wir übersetzen das Ganze und wir kriegen jede Menge Fehler. Und ich fange beim ersten an. Also hier gibt es einen Fehler. Klammer zu. Expected und nicht der Strichpunkt. So ein Fehler ist wahnsinnig schwer zu finden. Wir wissen natürlich jetzt, was passiert. Wenn wir uns anschauen, was der Pre-Prozessor ausspuckt, dann sehen wir, in unserem Array wird die 100 ersetzt und natürlich der Strichpunkt. Der Pre-Prozessor ersetzt alles, was nach dem Bezeichner kommt. Das heißt, auch der Strichpunkt wird hier übersetzt. Also hier nochmal der Hinweis, eine Pre-Prozessor-Anweisung sollte natürlich, wenn sie als Ausdruck genutzt wird, nie an den Strichpunkt enthalten. Und es funktioniert wieder. Fehlermeldungen, die in Defined sind, sind wahnsinnig schwer zu finden, weil sie natürlich in Zeilen auftreten. Wenn Sie diese Zeile anschauen, in der der Fehler auftritt, dann ist das einfach korrekt. Das heißt, hier drauf zu kommen, dass der Fehler in dem Defined liegt, das ist nicht ganz trivial. Die Zeile schaut richtig aus. Man sucht davor, danach nach potenziellen Fehlern. Das ist also eine sehr große Gefahr und deswegen war bei uns in der Firma das Verwenden von Defines auf das Nötigste zu beschränken. Und das Nötigste sind eben Konstanten beispielsweise Anliegen und notfalls mal ein Makro, der eben eine sehr effiziente Funktion darstellt. Ja, wir haben die runden Klammern im Makro schon kennengelernt. Ich mache noch ein zweites Beispiel, auch sehr häufig verwendet. Das ist eine einfache Error-Ausgabe. Ich nenne das mal Makro Error X. Und wir machen ein Print F. Fehler. Prozent S. Wir geben einfach das X aus. Und danach machen wir ein Exit. Wir brechen das Programm ab. Und die Exit-Funktion, das ist quasi das Ausspringen aus dem Programm, ist in Standard-Lib.h definiert. Und ich zeige Ihnen gleich, ich habe nämlich den, ja, neben den Strichpunkt und den Klammern drittgrößten Fehler bei Makros gemacht. Ich zeige Ihnen gleich mal etwas ganz Faszinierendes. Wir sagen hier IF 0, also das sollte gar nicht ausgeführt werden. Wir sagen Error, ganz einfach, dummer Fehler. Und das sollte ja gar nicht ausgeführt werden. Wir sagen hier, kein Fehler. So, wir lassen das laufen und schauen, was passiert. Und wir kriegen jetzt hier die Ausgabe 2040. Wir kriegen aber nicht keinen Fehler. Das hätte ich jetzt erwartet, weil IF 0, Error wird nicht ausgeführt. Wir sollten also eigentlich keinen Fehler bekommen. Wir sehen aber, dass wir den Exit-Code 3 bekommen. Das heißt, unser Exit wird ausgeführt. Und wir können wieder anschauen, was der Präprozessor ausspuckt. Der Präprozessor sagt hier, IF 0, Printf, Fehler, dummer Fehler, Strichpunkt, Exit, 3. Dann haben wir Strichpunkt. Okay, wir haben hier einen Strichpunkt, zu viel. Printf, Fehler, kein Fehler, Exit, 3. Das heißt, das Gleiche, was für runde Klammern gilt, gilt natürlich auch bei Anweisungen für geschweifte Klammern. Ein Makro, der Anweisungen enthält, muss diese unbedingt in geschweiften Klammern schachteln. Also Sie ahnen wahrscheinlich schon, was passiert ist. Das IF 0 wurde nicht ausgeführt, deswegen wurde Fehler auch nicht ausgegeben. Aber ohne die geschweiften Klammern wurde auf jeden Fall Exit 3 ausgeführt. Und unser Programm ist auf jeden Fall rausgesprungen, ohne die erwartete Funktion. Wenn wir es jetzt starten, kommt eben Fehler, kein Fehler. Kommen wir zu den weiteren Präprozessor-Anweisungen. Die IF-DEF-Anweisung bedeutet bedingte Übersetzung. Das heißt, sie prüft, ob ein Makro definiert ist. Und falls das Makro definiert ist, dann wird der nachfolgende Text bis zum END-IF oder einem ELSE-IF oder einem ELSE in den Quelltext hinein kopiert. Ansonsten wird er übersprungen. Das heißt, der Programmtext zwischen einem IF-DEF und END-IF wird nur übersetzt, wenn das DEFINE gesetzt ist. Hier mal das Beispiel DEFINE DEBUG. Wir haben also ein DEFINE DEBUG gesetzt. IF DEF DEBUG, PRINT-F, Programm Start. Wenn wir das Programm so übersetzen, dann wird Programm Start mit PRINT-F ausgegeben. Möchten wir nicht, dass eine DEBUG-Ausgabe erfolgt, dann können wir das DEFINE DEBUG entfernen. Wir müssen den Quelltext nicht weiter ändern. Es wird automatisch ausgeblendet, alles, was zwischen IF DEF DEBUG und einem entsprechenden END-IF steht. In der Praxis werden wir das DEFINE DEBUG nicht zu Beginn des Quelltextes definieren. Wir können dem Compiler über Kommandozahlenoptionen angeben, welche DEFINES gesetzt werden sollen. Und wir können sogar Werte für die DEFINES angeben. Die bedingte Übersetzung ist ganz typisch, wenn Sie plattformübergreifend programmieren. Wollen Sie ein Programm, was unter Windows, macOS oder Linux laufen kann, dann sind immer wieder betriebssystemspezifische Funktionen erforderlich. Um nicht drei verschiedene Programme schreiben zu müssen, schreiben Sie ein Programm, das in Teilen bedingt übersetzt wird. Das heißt, die betriebssystemspezifischen Anteile werden Sie in entsprechenden IF DEF Windows, IF DEF Linux, IF DEF macOS kapseln und beim Übersetzen festlegen, welches dieser DEFINES, also für welche Plattform übersetzt werden soll, welches dieser DEFINES also gesetzt wird. Tatsächlich sind neben dem Setzen von DEFINES die IF DEF-Anweisungen und entsprechende Derivate davon die am häufigsten verwendeten Präprozessor-Anweisungen. Ich habe noch eine Übersicht der Präprozessor-Anweisungen. IF DEF ist das IF DEFINED. Wir können das umdrehen, IF N DEF, falls nicht definiert, also die logische Umkehrung zu IF DEF. Wir können ein einfaches Präprozessor IF verwenden, dann wird ein folgender konstanter Ausdruck überprüft, ob der Wert ungleich Null ist. Oder IF-Anweisungen allgemein enden alle mit einem AND-IF. Wir können einen Alternativzweig mit einem ELSE definieren oder wir können mit einem ELIF eine weitere Bedingung prüfen und sparen uns ein zusätzliches AND-IF, was wir bei ELSE und IF benötigen würden. Und zuletzt können wir mit UNDEF ein bereits definiertes DEFIN wieder aufheben. Der Vorteil von UNDEF ist, dass UNDEF keine Warnung ausgibt, wenn das DEFIN davor nicht gesetzt war, während die Definition eines bereits definierten DEFINES zu einer Warnung des Compilers führt. Ich kann also verhindern, dass das neue Setzen eines DEFINES eine Warnung wirft, indem ich es vorher mit UNDEF lösche. Kommentare dürfen in C nicht geschachtelt werden, das heißt, wenn ich Quelltext auskommentiere, habe ich häufig das Problem, dass entweder der Text selber Kommentare enthält oder dass ich vielleicht geschachtelt auskommentieren möchte. Das geht mit den Standard C Kommentaren nicht. Sie können aber mit der Präprozessoranweisung IF 0 Programmtext auskommentieren und das wird sehr häufig genutzt, weil es natürlich auch geschachtelt werden kann. Es gibt noch einen Operator des Präprozessors, das ist DEFINED. Wir können mit IF DEFINED das gleiche abfragen wie ein IF DEF. Das heißt, DEFINED prüft, ob ein nachfolgender Bezeichner als DEFINED definiert wurde. Außerdem definiert der Präprozessor einige Konstanten, wie zum Beispiel File für den Dateinamen oder die Zeilennummer. Damit lassen sich sehr schön mit dem Präprozessor Fehlerausgaben während dem Übersetzen generieren, wie zum Beispiel die Frage, ob eine Unterstützung für ein bestimmtes Betriebssystem vorgesehen ist oder nicht. Auf diese Details möchte ich im Rahmen der Vorlesung gar nicht genauer eingehen. Bei Interesse finden Sie diese Präprozessor-Konstanten im Kapitel 5.2 im Buch. Wir kriegen noch eine Warnung, dass natürlich hier IF 0 immer FALSE ist. Das heißt, das wird natürlich nie ausgeführt. Was wir jetzt heute schon kennengelernt haben, wir können natürlich sowas auskommentieren mit IF 0. Und jetzt hat ja unser Programm kein Fehler mehr. Dann passt das Ganze ja jetzt, wird kein Fehler ausgegeben. Und unser Programm springt mit EXIT 3 heraus. Im zweiten Video schauen wir uns den Präprozessor noch etwas genauer an und erfahren, wie wir Header-Dateien realisieren können. Bis gleich.